Okay, da sind wir wieder zu einer weiteren Runde Dark Souls Daughters of Ash. Ich habe mir unsere Problematik hier nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und ich glaube, wir müssen wirklich erst woanders hin. Ich glaube, die Lösung ist nicht hier in dem Gebiet. Der Grund ist ganz einfach. Ich habe gedacht, wir brauchen das Lordwessel, damit wir zu Nito dürfen. Aber das war ja offensichtlich nicht das Problem. Und ich glaube, dass dann die Lösung zwangsläufig in einem Gebiet liegen muss, wo wir erst mit dem Lordwessel hin können. Weil sonst könnten wir ja theoretisch schon zu Nito, bevor wir das Lordwessel haben. Und dafür wären wir eigentlich viel zu schwach. Und deshalb denke ich mal, dass wir irgendwo anders was triggern müssen. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip eigentlich zwei Möglichkeiten, wie wir weitermachen. Entweder wir kämpfen uns durch die Archive oder durch Lost Isolive. Ich würde dazu neigen und das DLC dann irgendwie kurz vor Schluss. Das heißt, wir wollen nach Arnor Londo. Vielleicht finden wir dann ja auch mal den Capra Demon wieder. Der ist uns ja noch abgehauen. Beste am ganzen Stream ist... Was? Das Beste am ganzen Stream ist doch nicht mein Intro. Jetzt bin ich aber ein bisschen beleidigt. Das Intro habe ich nicht in YouTube ein, aber vielleicht müsste ich es mal irgendwo hochladen. Ich meine, gut, der Intro-Song ist ja auch ein Banger. Ich habe den nicht ohne Grund ausgewählt. So, habe ich die Kisten mitgenommen? Ja, habe ich. So. Hello. Möchtest du etwas über unseren Herrn und Erlöser Great Club hören? Boah, ist sogar fast tot. Au. Okay, what? What? Okay, der hat ja halt ein 100% Resist-Shield. Warte, was droppt der? Creative hat das hart fürs Intro abonniert. Danach dreht er den Sound auf und lässt den Stream von der Zlosium laufen. Okay, krass. Aber dafür redet er viel mit mir. Oh. Moment. Moment. Ihr seid ja noch da. Ach, ihr gehört jetzt zu Thief, oder wie? Wow. Au. Versucht man einmal zu dodgen und dann funktioniert es nicht. Warte, was bist du? Das war so klar, dass das eine Mimic ist. Die glitschte nämlich schon halb in den Boden. Soul-Spear. Nicht übel, wenn man ein Int-Build spielen würde. Wird das denn Ausweich-Skills vielleicht mal bei Sans probieren. Na gut, es gibt den Bad-Time-Simulator. Ähm, da sind leuchtende rote Augen. Okay, der zieht ganz schön. Also die Dinger sind schon sehr stark. Zum Glück sind sie so selten. Respawned der? Also im Original ist das ja... Sind die ja nicht respawnd. Und... So. Hallo Bonfire. So, pass auf. Wir brauchen vier Humanity. Okay. Weil ich vielleicht nicht unbedingt vielleicht... Ich hätte vielleicht echt das nächste Bonfire nehmen sollen zum Kindeln, aber... Jetzt sind wir dabei. Ich bin mir auch echt... Ich frag mich echt so ein bisschen die Befürchtung. Wobei ich glaub, der Lost-Eisle-Lift-Shortcut... Also, dass er damit irgendwas gemacht hat. Dass er sich nicht öffnet. Oder dass da irgendwas Schreckliches drin ist. Weil ich mein, das ist ja eigentlich eine Belohnung für den Covenant. Und ich glaub, an den Covenant hat er nicht groß was geändert. Da hat er auch nicht so viel Raum, weil die Multiplayer-Sachen ja sowieso alle... Deaktiviert sind. Das heißt, die Covenants muss er... Intakt lassen. Damit man noch alle Items bekommen kann. Na gut, er kann theoretisch auch die Items woanders hinpacken. Aber trotzdem. So, Crystal Golem. Normalerweise bekäme man hier ja das... Broken Pendant, das man ins DLC darf. Du droppst nichts. Okay. Ich dropp'n gut Seelen. Dafür, dass das so Willow-Gegner sind. Du und Channeler. Ja klar, bleib hängen. Ist okay. Der ist auch gebufft. Whispering Halls. Und tot. Moment, warte. Das Buch schwebt standardmäßig. Also ich kenne das Meme, aber ich wusste nicht, dass das immer schwebt. Das hier auch. Remastered, meine Freunde. Du hast... Nami, danke fürs T2-Abo. Das heißt, Creative kann noch mehr Nuzlosium fahren. Aber ich weiß gar nicht, was für ein Multiplikator er damit kriegt. Ich glaube, T1er kriegen ja... 1... Kriegen ja 20%. Ich glaube, dann die 2er 40. Und die T3er kriegen doppelt so viel. An Kanalpunkten. Ich finde es immer noch schade, dass man das nicht selber einstellen darf. So, wenn wir Sieb skippen wollten, könnten wir natürlich hier mit dem, äh... Mit dem Aufzug spielen. Ach, wa... Wer bist du denn? Wow. Okay, wir müssen nah rangehen. Ha! Scheiß Zauberer. Wird gepancaked. Lass uns was spammen, ja. Das ist, äh... Das müsst ihr erledigen. Ich bin ein bisschen, äh... Beschäftigt. Um meinen eigenen Chat zu spammen. Crystal Greatsword. Soul of a Rusted Knight. Okay, du bist keine Mimik. Warte, hier kriegt man das Zeug, damit man sich von den, äh... Von den Eiern befreien kann? What? Warum? Heißt das, wenn ich mich in Lost Isleaf infiziert hätte, hätte ich bis hierhin gemusst? Und ich hätte damit, äh... Mit dem Eierkopf spielen müssen? The fuck? Weil, ich hatte doch vorher schon ein Eckwärme-Fuge, oder? Warte, das ist unter... Ich bin mir sicher... Doch, wir hatten... Eins hatten wir schon so. Und dann packen sie hier... Random in irgendeine Chest? Das ist... Seltsam. Haben wir den Ring of Sacrifice? Ja. Das heißt, den brauchen wir nämlich, falls er das nicht auch entfernt hat. Den einen Bosskampf, den wir verlieren müssen. Habe ich einen Purging Stone? Nur für den Fall, dass ich gleich verflucht werde. Was soll ich mit den ganzen Runen, verdammt? Aber einen Purging Stone habe ich nicht. Schade. Ich glaube, der Rare Ring of Sacrifice, der konnte, glaube ich, verhindern, dass man verflucht wird, oder? Ja, das ist soweit. Immer noch woanders. Ich bin mal gespannt, ob die Crystal Cave... Ich glaube, die könnte dezent nervig werden. Ähm... Ich habe aber das Gefühl, dass... Warte, die machen keinen Fluch mehr, oder? Nee, die machen keinen Fluch mehr. Okay, wir können also nicht, äh... Dadurch... Draufgehen. Warte, ich hatte noch den, äh... Dings Ring an, ne? Den, äh... Oder? Ring of Sacrifice... Warte. Ich hatte den Ring hier noch angemeldet, dass ich so viel gegeben habe. Und dann bringt auch der Ring of Sac... Ist aber auch sinnlos. Das heißt, ich habe den Ring of Sacrifice jetzt gerade komplett umsonst verschwendet. So, was hat er jetzt hier aus dem Segment gemacht? Okay, wir kriegen nicht, äh... Der Boss ist zu laut. Ja, gut, das weiß ich nicht. It's locked, aber... Warte, sag nicht, ich muss den Schlüssel woanders finden. Weil ich glaube, von hier aus darfst du eigentlich nicht warpen. Ah, warte, der schließt auf! Jetzt will er mich hinrichten. Das ist aber auf jeden Fall interessanter als das, was wir vorher gemacht haben. So, jetzt beginnt Operation Hentai. So, warte, die versuchen jetzt zu fliehen. Okay. Äh, wer bist du? Sag jetzt nicht, du bist the restless bones. Wenn dieses Skelett hier der Grund war, warum wir nicht zu Nito durften, dann schreie ich. Wow, ihr habt aber auch heftige Sprungattacken. Sprungattacken. Aber die gibt 1400 Seelen mit dem Ring. Nice. Wollte vielleicht auch mal gerade wieder einen Ring aktivieren. Wie wär's mit... Ring of Evil Eye bringt mir gerade nichts. Würde es jetzt dezent sagen, Poise. Warte, hier ist Hevel. Wahrscheinlich kriegen wir von ihm dann auch die Hevel-Rüstung. Aber es macht Sinn, dass er hier ist. Also, Lore-Technisch. Warte, ist Hanleiten mehr jetzt? Ernsthaft? Warum? Warum sind die hier? Ah, okay. Hier sind alle möglichen Sachen. Er gibt da... Okay, das passt aber zum Ort, dass Seave hier alle möglichen Exemplare für seine Experimente hat. Hello. Warte, er lässt... Ich konnte gerade nicht angreifen, weil ich noch den... Den Dings hatte. Den Tooltip. So. Operation Hentai hat noch vier Leute hier. Na, kommt mal her. Scheiß mal drauf, dass wir vorhin 50.000 Seelen verloren haben, wegen Dummheit. Okay, hier an den Seiten ist nichts. Logan ist hier, wie gewohnt. Okay, aber denen ist gerade alles egal. Die haben auch mehr HP. Und sie lassen sich von mir abschlachten. Warum? Boundary for Sunlight. Und Soothing Sunlight. Warum auch immer ich die haben wollen würde. Lass mich raten, ich brauche den Schlüssel, den ich für ihn brauche, auch für Hevel. Äh, komm her. Okay, nice. Wenn man mit Sachen interagiert, ist man einfach unverbundbar. Ha. Tower Entrance Key. Aber, Moment. Ich dachte, zum Rauskommen reicht doch normalerweise, wenn man die Musik ausmacht, oder nicht? Also nur mal zum Überprüfen, aber hier bringt uns der Schlüssel noch nichts. Nee. Hier ist es noch zu früh. Ich überrasche doch immer, dass hier in dem Raum nichts ist. Aber nicht, dass hier vielleicht irgendwas platziert wurde. Hier ist dieser Riesenmechanismus, der zerstört ist und die ganzen Bücher, aber ansonsten ist der Raum eigentlich viel zu leer. Oh, ich wusste, dass der hier irgendwo sein muss. Ich wusste nur nicht, wie er hier reinpassen soll. Kriege ich von ihm den Schlüssel, dass ich nicht backtracken muss? Das wäre voll nice. Oh, ich mache so viel Damage jetzt gegen ihn. Au. Aber jetzt an dem Punkt ist dieser Boss auch einfach kein Boss mehr. Ich meine, gut, bei unserer ersten Begegnung waren wir deutlich schwächer und hatten nur eine plus 10 Waffe. Inzwischen haben wir ja inneren Frieden und Glück gefunden in Form von Sands Ember. You may warp at Bonfiles as long as you possess the spark. What? Warte, warte, heißt das, ich habe jetzt praktisch das Lord Bessel plus 1? What? Das war kein Add, das war der Capra Demon. Der ist bei unserer ersten Begegnung geflohen. Und jetzt ist er hier wieder aufgetaucht. Aber heißt das jetzt, dass wir zwischen jedem Bonfire warpen dürfen? Das wäre natürlich dann total nice gewesen, wenn wir ihn bei der ersten Begegnung schon besiegt hätten. Weil ich trotzdem finde, dass das Lord Bessel ein bisschen hart abgewertet wurde. Also gerade im DLC finde ich, hätte ruhig das Bonfire direkt nach Artorius eigentlich... Warp Ability blockt bei Old Magic. Okay, also hier dürfen wir noch nicht. Warte, wir haben ja Seelen. Das sollten wir vielleicht ausnutzen. Bevor noch was passiert. Etwas ganz Schlimmes. Und zwar... 40 Strength? Arm Endurance und Strength. So, jetzt brauchen wir den Schlüssel, den wir vorhin gefunden haben. Aber, warte, hier ging es doch oft... Hier, da ging es doch auch lang. Aber es führt nirgendwo hin. Doch, da. Wow. Aber es war ein cleverer Move, den Boss da hinten nach unten zu machen. Weil der, wie gesagt, relativ leer ist. Also die Mod spielt schon angenehm mit deinen Gefühlen. Jetzt sind wir wieder hier. Hier wären wir auch rausgekommen, wenn wir Sievskip gemacht hätten. Und die Zwingli findet es angenehm, wenn man mit seinen Gefühlen spielt. Das habe ich nicht gesagt. Es gibt angenehme Arten, das zu tun. Und es gibt halt auch unangenehme Arten, das zu tun. Ich erinnere mal daran, als die Mod uns hat glauben lassen, dass André tot ist. Boah, der hat aber auch eine Reichweite hier. Drifte uns. Okay, nein. Nein. Ich glaube, um zu lassen, dass Leute tot sind, findest du angenehm. Nein. Ich fand das sehr grausam. Aber danach hat die Mod durchaus interessant mit meiner Erwartungshaltung gespielt. Was? Hä? Warte, die resettet sich von selber? Hä? Mir wird schwindelig. Die läuft dauerhaft durch. Wie kannst du Gefühle haben? Du bist doch Autist. Hm. Seltsame Geschichte. Giant Cell Key. Lass mich raten. Das ist dann für Hebel? Aber wahrscheinlich, das klingt nicht so, als wäre, wobei Giant Cell könnte natürlich auch, also es könnte einmal Giant sein für Hebel, weil es halt, ich meine, der Typ trägt eine komplette Rüstung aus Stein. Oder auch einfach, weil unten die riesige Zelle ist, wo, äh, Dings drin ist. Hier, wie heißer. Ne? Und so. Logan. Bingo war sein Name. Moment, hä? War ich hier nicht schon? Ah, warte, hier muss ich wahrscheinlich wieder, äh, wieder das Karussell dann, äh, fahren. Elisabeths Mushroom. Wie kommt der hier her? Was hat Steve mit Elisabeth gemacht? Also, jetzt, äh, jetzt will ich ihn als Recht töten. Ich kann doch nicht einfach die, 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 die Pilzlady ermorden und dann einfach den Pilz in irgendeiner, äh, Kiste lagern. Jetzt sind wir wieder hier. Achso, jetzt, ja, jetzt können wir da unten hin. Rechne mal eben 7.465.367. Mal 73.000, nee, 734.855. Mal, ach du scheiße, ich kann grad gar nicht, das ist ne Zehnschlägezahl, ne? 6.437.647.800, nee. Mal 0. Ja, sorry, dass ich die auf, äh, dass ich die Aufgabe Zahl für Zahl lese. Ja gut, mal 0 ist eh egal. Äh, wie kam er noch mal, mal da rüber? Den Sprung durfte man nicht verkacken, ne? Dürfen wir zu dem, äh, ein, äh, Bonfire hinwarpen? Wäre schon nicht weg. Ich würde jetzt ungern den ganzen Weg zurücklaufen, nur um Logan uns so zu befreien, weil der bringt uns nichts. Habill bringt uns vielleicht was. Ähm, okay, hier ist kein Bonfire. Hat er das Bonfire verlegt oder ist es weg? Grüner Moosklumpen, was soll ich hier damit? Ich finde das Archiv, ehrlich gesagt, ein bisschen unübersichtigt, weil der Raum hier sieht fast so aus wie der Eingang. Aber wir sind, glaube ich, auf der anderen Seite, also praktisch, der Raum ist gespiegelt. Also irgendwie, finde ich, hätte man die Räume ein bisschen abheben müssen. Vielleicht irgendwie farblich oder so, dass die ein Thema haben. Warte, wer bist du? Achso, okay, jetzt ist ein normaler Gegner. Aus der Entfernung sah der irgendwie anders aus. Okay, ich hab erst den Teil hier nicht gesehen und dachte, vielleicht ist es eine Illusory Wall. Also wir sind jetzt wieder, hä? Wir sind jetzt wieder hier? Ich verstehe nicht, wie die Räume zusammengehören, okay? Aber hier müsste ja jetzt eigentlich alles tot sein. Also zumindest, bis wir die Treppe runtergehen. Das heißt aber auch, dass wir wahrscheinlich tendenziell kein Bonfire benutzen wollen erst mal. Pass auf, den Ring of Temptation legen wir gerade mal ab und nehmen stattdessen Ring of Evil Eye. So, können wir Hevel befreien damit? Ne, ist immer noch verschlossen. Aber wahrscheinlich, da unten ist ja auch noch eine Leiche mit einem Item. Also jetzt, wo die ganzen Viecher hier sind, fände ich es ja eigentlich total lustig, wenn man hingegangen... Oh, die respawnen nicht, die... Operation Hentai respawnen nicht? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder enttäuscht sein soll. Aber ich denke mir gerade irgendwie, jetzt wo die ganzen Viecher hier sind, wäre es eigentlich total... Okay, die sind alle noch hier, ach, weil die Musik nicht läuft. Es wäre echt total lustig gewesen, wenn man gesagt hätte, man muss hier so einen kompletten Gefängnisausbruch organisieren. Man öffnet die ganzen Zellentüren und dann metzeln die Monster, die in den Zellen sind, die Gefängniswärter an dir. Wir brauchen mehr Hentai. Ja, äh, Creative. Ich halte dich nicht davon ab, welche zu produzieren. Alter, geben die Seelen. Selbst ohne den, äh, den Dings. Darf ich den überrichten? What? Ich meine, ich kann dich nicht davon abhalten, sowas zu zeichnen. So, jetzt ist hier der, äh, Dude. Und was hast du? Soul of a Darkrave. Also noch nicht, Hevel. Ich kann dich nicht davon abhalten, heißt übersetzt, ich will es, aber möchte es nicht zugeben. Ich muss jetzt gerade an diese, es gab doch mal diese Zeit lang, äh, wo diese ganzen YouTuber-Fan-Fictions, äh, irgendwie, äh, total Traction hatten. Ich glaube, inzwischen werden die auch ein bisschen anders bewertet, aber, keine Ahnung, ich, also wenn es halt wirklich bewusst so geschrieben ist, dass es halt, dass es halt bewusst total übertrieben und absurd ist, dass man es halt nicht ernst nehmen kann, ist es halt auch irgendwie unterhaltsam, wenn es halt, äh, ja, es gibt halt natürlich, da kann man natürlich auch gewisse Grenzen überschreiten. Ich glaube, Musician hat mal irgendwann eine, äh, so eine Fan-Fiction vorgelesen, in der es auch um, um ihn ging. Aber weil er sie halt auch selber lustig fand. Ich denke, keine Ahnung, ich denke mir, wenn jemand YouTuber-Fan-Fiction über dich schreibt, hast du es ja auch irgendwie geschafft. So, darf ich wieder hochklettern, oder? Okay, ja, er hat, den Eintreffer hat er geschafft. Man sieht übrigens im Hintergrund den Schatten von der Leiter, dass der nur, der generiert nur den Schatten von dem Teil, der von der Kamera gezeigt wird. So, more you know. Oh, fahr jetzt bitte nicht runter. Aber wie soll ich jetzt hier, okay, wir können hier, dafür ist, ist eine Hitbox breit genug? Crystal Iron Cross Bow. Moment, also ist der, ist, ist der aus Kristall oder aus Eisen? Oder ist es aus kristallinem Eisen? Oder ist er aus, irgendwie aus allem davon? Ich bin verwirrt. So, die Frage ist jetzt, wo ist jetzt das Bonfire? Ach, warte, du bist schon hier? Du hast dich bewegt, ohne dass ich, dass ich neu laden musste. Mensch. Krass. So. Du bist keine Mimic. Aber irgendeine hier ist eine Mimic. Du bist, what? Hier, das Ding sieht mit der Belichtung auch irgendwie sehr ähnlich aus wie der Hut von Logan. Und wenn der halt sitzt, könnte man halt denken, das ist er. Deshalb finde ich den Raum auch hier so verwirrend. Hallo. Sag mir bitte, dass jetzt da unten irgendwo ein Bonfire ist. Da ist eine Forkwall, die normalerweise, glaube ich, nicht da ist. Und du bist hier. Ha. Wusste ich's doch. Ist wieder, äh, so ein Bonfire, was, äh, was von einem Gegner kommt. To be honest, das ist cool. Ich glaube, das haben wir auch bis jetzt erst einmal gesehen. Aber es bot sich halt an. Deswegen habe ich jetzt irgendwie direkt damit gerechnet, dass das so kommt. Okay, das ist einfach nur eine normale Forkwall. Ich bin mir mal sehnsicher, dass die im normalen Spiel nicht da ist. Was hat er jetzt aus dem Gebiet hier gemacht? Oh, ich hoffe, dass er die Crystal Caves nicht nerviger gemacht hat, als sie ohnehin schon sind. Okay, hallo. Die haben immer noch die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Wow. Wie bitte? Boah, wie kann ich's auch wagen, hier durchzulaufen, oder? Jetzt kommen hier Gegner, die nicht hierhin gehören. Da ist eine Crystal Lizard. Wow. Wow. Du hast aus irgendeinem Grund vorher nicht... Warte, hab ich dich mit dem Treffer auch erwischt, oder? Wovon war der verletzt? Ich könnte leveln, aber wir clearen jetzt gerade erstmal den Bereich hier. Hier, das Gebiet. Also hier sieht man, finde ich, auch, wie sehr die zweite Hälfte von Dark Souls gelitten hat. Hier ist einfach so ein Riesengebiet und das ist einfach komplett leer. Also ich hoffe, dass Lost Iserlef zumindest so ein paar Touch-Ups in der Mod bekommen hat, weil... ...sonst... ...weiß ich nicht, ob ich mir das ohne Shortcut antun will. ...Beiß ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, da ist eine Muschel Okay, sie findet den Weg hier rauf Es wäre schön, dass wir erstmal eine von denen treffen Und uns drauf einstellen können, was die kann, aber Sei kreativ Das ist doch dein Job Ich sehe gerade, der Moonlight Butterfly hat was auf dem Rücken Hatte der OG das auch? Na komm, wie lange dauert das, bis der purcht? Das ist dein Channel, aber du hast das Thema vorgeschlagen Sein Teil beitragen Kommunismus funktioniert nicht, wenn keiner mitmacht Genau Ähm Kommt der überhaupt? Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie bewusst Oder ich kann mich zumindest nicht ändern, als ich mal groß gegen die hier gekämpft hätte Ich glaube, so viel bringen tut das auch nichts Kann man überhaupt sinnvoll gegen die kämpfen, wenn du keine Fernkampfwaffe hörst? Also war das total dumm von mir, wahrscheinlich den zu triggern Half-ahead Ja Lass mich raten, hier hat jetzt irgendwo ein Loch reingemacht Das hier ist zu ruhig gerade Wieso? Was ist das hier für eine Collision? So, wir lassen den in Ruhe Eminent Fall Okay, bisher ist es ja fast so, als hätte er Ähm Hello Was? Was soll das jetzt bitte? Deshalb mag niemand die Crystal Caves loops Minuten لو 書la bas Ne ich sag drin gel Was sind Sie denn jetzt von IPv6-Adressen? Ja, jeder sollte eine haben, weil IPv4-Adressen nur eine begrenzte Anzahl haben und man inzwischen merkt, ey, die gehen uns langsam aus. Na gut, früher haben sie gedacht, 4x256, das kriegen wir eh nie voll. Aber jetzt, wo jede Mikrowelle und jeder Kühlschrank ins Internet geht, also haben IPv6-Adressen nur eine begrenzte Anzahl. Nein. Aber da sind direkt zwei Größenordnungen nach oben gegangen, also kann man da vielleicht wirklich davon ausgehen, dass... Die reichen zumindest, solange wir nicht dieses Sonnensystem verlassen. Und vor allem, wenn wir dieses Sonnensystem verlassen, ist halt auch die Frage, ist es dann noch das Internet? Mass Effect nennt es ja extra das Extranet. Sag mal... Also, warum... Ich verstehe nicht, auf welchen Teilen darf man stehen. Auf der einen Stelle ist die Kollision so für den Arsch. Dann hast du da diesen ganz leichten Winkel von irgendwie 10 Grad Abfall oder so, von dem du einfach gnadenlos runterslidest. Aber der andere ist ja auch nicht meine Definition von gerade. Und das ist total fein. Wie viele IPv6-Adressen gibt es denn? Rechne selber! Wie viele IPv6-Adressen gibt es denn? Drei, vier, vielleicht auch fünf. Das ist eine gute Antwort. Ich muss jetzt gerade eine Star-Check-Folge decken, wo jemand tatsächlich relativ lange damit durchkam, sich als Admiral auszugeben, indem er einfach nur jede Rückfrage beantwortet hat mit, das ist eine dumme Frage. Das Traurige ist, damit kommst du halt wirklich lange durch, solange du den Eindruck erweckst, dass du Autorität haben solltest. Alles klar, er stecht mich einfach, während ich mich noch erhole. IPv4-Adressen. Okay, vier Milliarden, das ist tatsächlich gar nicht so viel. Also selbst wenn du davon ausgehst, dass jeder Mensch auf der Welt nur einen PC hat oder nur ein Gerät, was ins Internet geht, ist das schon zu wenig. Okay. 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 Ähm, ja, wie komme ich jetzt hier raus? Okay, hier. Einfach durchrennen. Die meisten Waschmaschinen erreichen heutzutage die 95 Grad nicht mehr, um Energie zu sparen. Hä, was soll ich auch mit 95? Hä? Warum 95 Grad? Okay, der ist noch da. Kommt der hier runter? Nein. Okay. Ach, sowas ist immer schön. Kann diese Leiche bitte mal verschwinden? So, wo sind jetzt die Schneeflocken? Okay, ja, ja, zugegebenermaßen, der Winkel ist ein bisschen aggressiver als der hier, aber come on. Hier hätte ich Prismasteine gebraucht. Hat er den Weg geändert? Zu siev? Ich kann mich nicht erinnern, dass man im Original hier hochlaufen musste. Ich schreibe hier auch mal, wie breit dieser Weg eigentlich ist. Aber hier waren wir schon. Das ist der schnelle Weg. Aber wieso? Hä? Hat er den anderen Weg weggemacht? Weil die Schneeflocken landen nicht mehr. Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, hat er den Weg von hier nach da oben gelegt. Das impliziert ja auch, dass wir aus irgendeinem Grund da hin sollen. Müssen wir die Moonlight Butterflies töten? Um irgendwie jetzt da was freizuschalten? Kann das sein? Weil der eine da landet ja auch so schön. Also das, 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 das Fakt. Warte, von hier aus darf ich hier lang gehen? Hä? Also die Kollision funktioniert nur von... Hier. Hier werde ich abgestoßen. Also wurde ich vorhin abgestoßen. Wieso werde ich jetzt nicht mehr... Da, hier darf ich nicht lang. Oder doch? Hä? Achso, das ist so ein seltsames Spiel. Warte. Das ist... Okay, das ist normales Pancaking. Sehr gut. Boah, bitte nicht runterfallen. One-Word-Challenge mit Twitch-Chat. Was für ein Ding? Ich verstehe ganz dezent nicht, was hier gerade der Splay sein soll. Weil wenn die, wenn die Moonlight Butterflies nicht landen... Besteht auch keine Chance, sie zu töten. Also zumindest nicht mit Nahkampfangriffen. Und äh... Er kann ja nicht mit der Erwartung rangehen, dass man jetzt als Melee-Build extra auf eine Nahkampfwaffe geht. Äh, eine Fernkampfwaffe geht auf dem Bogen oder so. Es muss ja dann auch ein Zweckler davon ausgehen, dass du darauf nicht geskillt bist. Ich meine, Dark Souls 2 hat das in den DLC-Leveln einmal, dass man einen Bogen benutzen muss, um ein paar Mechanismen auszulösen. Aber dafür kriegst du dann sogar extra einen Bogen. Sogar mit, äh, halbwegs brauchbaren Upgrades. Funktioniert das Silver Pendant? Okay, nein, wahrscheinlich, weil es keine schwarze Magie ist. Oder Abyss Magic in dem Fall. Das ist ein Wort, da sagt der Chat ein Wort, da muss ein Satz entstehen. Die erste Twitch-Nachricht nach dem, ähm, der ein Wort sagt nach dem... Hä? Ich... Bin mir noch nicht sicher, dass ich es ganz verstanden habe. Imminent Fall. Warte, das ist eine Lüge, oder? Dieser Pisser. Lügt der mich einfach an? Also das erwarte ich von den normalen Spieler-Nachrichten, aber doch nicht das eine Mal, wenn... den Dark Souls mal eine normale Message, äh, drin hat. Oh, warte, ein goldener Golem. Hast... Hast du Sieglinde drin? Einfaches Satz-Bosch... Ich fange mit diesem Wort an, Spinny, jetzt musst du was sagen. Äh... Ne, keine Ahnung, habe ich gerade nicht die Konzentration für. Oh, hier ist schon direkt die Pogwall, sehr gut. Das heißt, die Viecher hier können uns nicht nachlaufen. So, was hat er mit Steve gemacht? Jetzt muss Creative Wein. Ja, dann, dann, dann tröste ihn mal. So, er müsste ja staggern, wenn wir das Ding zerstören. Das heißt, wir lassen ihn mal näher rankommen und... So, dann... So, wenn wir es schaffen, hier den Schwanz abzuschlagen, dann müsste er ja hintenrum... recht easy sein. Ich wäre gerne mit ein bisschen mehr als, äh... als 7S-Dos hier. Ich habe das Gefühl, er setzt seinen Tail-Swipe aber deutlich aggressiver ein als bisher. Kaufen wir die Waffe unbedingt, die er hat? Ne, ne? Jetzt bin ich durch den Rook, ja. Okay, wow. Das hat funktioniert. Einfach durchrennen und blocken. So, pass auf, das... Also, okay, er will nicht, dass man ihm den Schwanz abschlägt. Das macht er viel aggressiver jetzt. Also kann mir keiner erzählen, dass das vorher schon so war. Aber, see, first try. Sofern jetzt nicht eine zweite Phase kommt. Bequiefed Lost Soul Shard. Ne, ist alles in Ordnung. Aber womit befreien wir jetzt Hevel? Wir dürfen jetzt wirklich überall hin... Aber es hieß, solange wir den haben, das heißt, wir können ihn auch irgendwie verlieren. Royal Hippodrome, was ist wahrscheinlich das, äh... Warte, Grins, Alter? Wo ist das? Ist das der, wo wir... Wir können damit nicht zu Bonn feiern worpen, die wir nicht aktiviert haben, oder? Weil wir haben nie das aktiviert, äh... Ne, das ist hier das. Wir haben nie das Teil aktiviert, wo, ähm... Wo der Drake ist. Okay, Strength bringt jetzt so direkt erstmal nichts mehr. Außer halt, wir gehen auf, äh... Smows Hammer als... Neuwaffe. Sechs bringt jetzt so unmittelbar auch nichts. Endurance kriegen wir, glaube ich, jetzt erstmal auch... Äh, keine Stamina mehr raus. Das heißt, wir gehen mal auf Vitalität, würde ich behaupten. Warte. Warte, 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 warte. Wie viel brauchen wir noch zum... Wie viel brauchen wir noch zum Leveln? Pass auf. So, und dann nochmal. So, wo... Hier, Royal Hippodrome. Das war ja das, wo, ähm... Wo Hevel vorhin drin war. Aber da muss ja irgendwo noch ein Schlüssel sein. Wir haben ja auch von, äh... Von Thief nichts bekommen. Aber wo ist denn dann... Also, was haben wir denn hier noch verpasst? Logan ist noch hier. Was witziges. Da ist noch eine Chest. Also, wenn ich irgendwo einen Schlüssel... Einen optionalen Schlüssel verstecken würde, dann da. So, wie kam man da rauf? Man musste sich ja irgendwie da drauf fallen lassen. Bin beeindruckt, was? Dass ich Dead-Jokes kann? So hatte ich konfliktfreiste und autistischste Antwort, die ich mir hätte geben können. Lass mich raten, wenn ich jetzt mir von hier aus fallen lasse, dann ist es wahrscheinlich aber zu viel, ne? Dann sterbe ich wahrscheinlich dadurch. Ne, das ist sogar okay. Aber das ist eine Mimic. Das ist eine Mimic. Oder auch nicht. Hier ist so schön im Boden, die Chest. Pale Wild Root. Aber das ist es auch nicht. Da weiß ich aber wirklich nicht, wo dieser Schlüssel sein soll. Der wird doch hier irgendwo in der Gegend sein, oder? Und es hieß ja, es ist verschlossen. Es hieß nicht, öffnet sich nicht von dieser Seite. Also, es ist keine von denen, wo man... Oder? Kann man da von oben rein? Es gab doch irgendwie auch welche, wo man irgendwie von einer anderen Zelle aus reinkt. Warte, hier ist noch eine Chest. Was bist du? Blue Titan, der Chest. Wer will die bitte? Wer will die haben? Royal Hippodrome. Können wir von da aus warpen jetzt? Schleppingfehler dürfen in keinem Spiel fehlen. Wie doof muss man bei der Anflation von Assets eigentlich sein? Ja gut, ich meine, es ist gemoddet in dem Fall. Aber, ja. Warte, das ist hier im DLC. Es sind jetzt, glaube ich, auch viele Bonfires dabei, die sonst nicht... Wo du sonst nicht hinworfen darfst. Dann ist aber, glaube ich, das eine... Bonfire wahrscheinlich immer noch separiert, ne? Aber dann weiß ich gerade wirklich nicht, wie wir da hin sollen. Das Wort Bonfire triggert den Knife-Party irgendwo. Äh, Knife-Party sagt mir gerade irgendwie was, aber ich komme gerade... Ich kann es gar nicht zuordnen. So,page von- So,geber- Okay. Okay. Ich meine, das ist nicht der Weg, den wir vorhin gegangen sind. Hier, da ist der Channeler. Wir müssen auf die andere Seite. Ich sag ja, ich verstehe hier das Layout noch nicht so ganz. Warte, ich muss die eine Treppe an der Leiter wieder hoch, ne? Wo der Bogenschütze war. Also falls ich jetzt auf dem Weg nichts finde, suche ich jetzt nicht ewig nach dem Schlüssel. Sondern dann geht es weiter nach Lost Island, aber ich würde es schon gerne mitnehmen. Ich bin mal gespannt, was er mit Bed of Chaos gemacht hat. Ich ahne Böses. Kann natürlich sein. Kann natürlich sein. Also ich hoffe, dass er meinen Tipp, aber ich glaube, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, aber ich glaube nicht, dass er sowas drastisches gemacht hätte. Äh, Bed of Chaos komplett raus. Und dafür Krillana. Und dafür Krillana. Dass die halt total ausflippt. Ich meine, sie hat, äh, äh, sie wurde ja schon geteased. Im Kampf gegen, äh, Cislis, beziehungsweise Krillos, wie er jetzt heißt. Und da haben wir sie nicht getötet. Sie ist verschwunden, nachdem wir sie gepancaked haben. Was impliziert, dass sie noch lebt? Ah, jetzt bin ich wieder genau hier. Hä? Dann kapiere ich aber nicht, was Sache ist. Da sind nochmal Gegner. Hier ist der Eingang. Also von... Da kamen wir von Arnolondo aus. Okay, wow. So funktionieren jetzt anscheinend, äh, Schilde. Sehr schön. Alles klar. Raus hier. Raus hier. Raus hier und dann ab nach Lost Izelef. Wie viel Hard Humanity haben wir im Moment? Das ist nicht, äh, so viel. Pass auf. Wir gehen einmal in die Chasm Cell und, äh, holen uns noch ein bisschen was. Wir müssen jetzt 30 davon abgeben. Und dafür nehmen wir mal den Ring hier. Das Symbol der Hard Gear haben wir ja leider noch nicht. Oder? Oder? Ist das nicht zwischendurch sogar mal gedroppt? Ist das nicht zwischendurch sogar mal gedroppt? Nö. Maleness ist auch noch hier. Maleness ist auch noch hier. Aber ich glaube, das machen wir wirklich zum Schluss. Maleness und Kalamid. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich das nicht mehr heute alles schaffen. Also davon gehe ich zumindest aus. Nito schaffen wir vielleicht noch, wenn wir rausfinden. Denn wir können ja jetzt vielleicht sogar zu seinen Bonfire warpen. Das ist natürlich auch nice. Scyth ist auch noch so eine Sache. Ich habe so eine, wie gesagt, immer noch die Vermutung, dass wenn Scyth nicht hier ist, dass wir ihn, sie, es retten, wenn wir Manus töten, zusammen mit Dusk. Das wäre aber umso tragischer. Das würde bedeuten, dass der Welpe einfach bei Dusk geblieben ist. Und danach müssen wir gegen ihn kämpfen. Also in der Gegenwart. Das wäre irgendwie noch trauriger. Ich gucke im Moment einen Run von jemandem, wo alle Gegner verdoppelt sind, einschließlich aller Bosse. Und dann Double Scyth. Hilf hat ja diese Eigenschaft, dass ab einem bestimmten Damage wer, der anfängt zu humpeln. Und man total Mitleid bekommt. Und bei der Mod ist es so, wenn einer von denen anfängt, humpeln beide. Und damit ist es dann natürlich doppelt so traurig. Warum machen die großen Humanities so verdammt viel Schaden? Twin Humanities. Sehr gut. Und... 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 Wieso? Ich müsste das eigentlich sowieso zweihändig machen hier mit der Waffe, weil Blocken bringt bei den Viechern ja nichts. So, mehr ist hier nicht. Wobei, hatte Chester nicht auch Prism Stones? Die sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Warte, hä? Achso, okay. Da war der eine Eingang und hier war der andere. Ein Luring Skull? Ist das vielleicht auch ganz hilfreich? Warte, hat der keine Prism Stones? Spiel, du erwartest doch nicht etwas, dass ich mir merke, wer was vertickt. Ich glaube, unser Giant Friend hatte noch... Hatte die noch? Gefühlt hatte jeder Händler, die auf den wir getroffen sind. Natürlich genau der eine, wo wir zuerst hingehen, hat die nicht. Demenz ist ein schleichender Prozess. Ach, manchmal fragt mich wirklich, ob mein Kurzzeitgedächtnis noch... Ich merke manchmal echt, wie ich etwas denke und es leidet mir im nächsten Moment. Und ich muss erst wieder praktisch den Gedankengang zurückverfolgen, wie ich da hingekommen bin. Um mich daran zu erinnern, was ich tun wollte. Immer noch heil sein. Dann schaffe ich es, heil zu sein, ohne Drogen zu nehmen. Kriegner ADHS schon mal drauf getestet? Nein, aber ADHS sehe ich bei mir nicht. Wäre auch ein bisschen redundant, finde ich, mit den Diagnosen, die ich schon habe. So, pass auf, wo sind wir? Wir wollen die Nursery. So, und jetzt können wir die U-Mate-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den. Und jetzt können wir die U-Mate-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-Den-D So, bin ich jetzt auch bei wirklich Rang 2? Die Andertrip dürfte vor, äh, Dings sein, vor, äh, und wir dürfen immer noch nicht überall hinwarpen, oder? Ich weiß jetzt nicht, welches Bonfeuer das da unten ist. Aber wir haben ja jetzt den, äh, wir haben ja den Aufzug hier. Wow, was? Sollte ich wieder raufgehen? Wer hat hier das befohlen? So, hier war uns der eine Schüppier begegnet. Fiery Cascade. So, wie heißt das? Bonfeuer? Das hat keinen Namen. Warp Ability Blocked by Old Magic. Okay, also das, da dürfen, wir dürfen immer noch nicht alle Bonfires. Schade. Vor allem, ich frage mich halt, warum blockt man ausgerechnet dieses hier, weil da oben ist doch eh das nächste. Also, kann man es doch gleich lassen. So, wir öffnen den Shortcut schon mal. Ähm, okay, das Vieh ist neu. Oh, hey, noch ein Capra Demon. Aber normaler oder, äh, einer, der als Boss zählt? Okay, ja, normaler. Das ergibt einfach 800 Seelen. Das war mal ein Boss. Okay, der Shortcut. Touched by the true fire. What? Vor allem, ich erinnere mich gerade, es gab ein Item, das lag in der Lava. Da kamen wir nicht dran. Deswegen, alleine deswegen, weil ich schon mal den, äh, den Regenhaben vom Centipede-Dämon. Vorausgesetzt, der ist noch da, wo er ist. Wir halten uns den Shortcut aber trotzdem mal offen. Irgendwie sehen diese Viecher ja aus, äh, so vom Gesichtszügen her, wie, äh, aus den ganz alten Doom-Teilen. Ich frage mich, ob das eine Inspiration war. So, noch ein Capra Demon. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich muss dazu sagen, ich erinnere mich nicht gar nicht so gut an dieses Gebiet. Halt, das ist ehrlich gesagt scheiße. Um. Um. Centipede-Dämon. Wir haben jetzt gerade einfach Schaden genommen. Obwohl wir drüber gesprungen sind. Danke, Hitboxen. Er will doch nicht den Boss einfach komplett rausgeschnitten haben. Ich hab das Gefühl, es sind weniger Gegner hier. Aber was ist denn dann in der anderen Richtung? Also hier würden wir normalerweise lang gehen. Ist das der Boss jetzt? Weil jetzt ist nur noch eines von diesen Viechern da. Komm, wir haben so viel Estus. Wir verbrauchen das einfach mal. Da liegt irgendein Item. Das da sieht aus, als sollten wir da gegen das Vieh kämpfen. Aber ohne den Ring kommen wir da nie im Leben rüber. Ja, das hier war schon knapp jetzt. Gut, ich hätte eigentlich springen müssen und nicht rollen. Aber das funktioniert halt nicht. Da ist ein Item. What? Power Within ist hier. Aber was stand da? Ich hab das gerade jetzt nicht gesehen. Kann jemand mal einen Clip machen und gucken, was da stand? Ansonsten weiß ich aber gerade beim besten Willen, nicht? Wir müssten das irgendwie provozieren, aber wie? Haben wir noch irgendwo Wurfmesser? Ja, super. Reicht genau nicht. Gab's nicht irgendwas, was Gegner angezogen hat? Warte. Wir können. Wir können auch irgendwie, wenn wir die eine Seele. Aber wahrscheinlich hat das wieder nicht genug Range, oder? Die eine Billo-Serie da. Äh, Serie. Hier. Use to cast Sorcery. Ja, hat aber auch null Range. Bringt uns alles nichts. Ja, das ist alles nichts. Aber hier kommen wir auch unmöglich durch. Aber es kann doch nicht sein, dass der Lost Isle of Shortcut, dass das der gewollte Weg ist, wie man das Gebiet macht. Hä? Meine Power Within ist nice. Da sage ich nicht nein zu. Das Ding ist, ich kann jetzt auch nicht in die Aufnahme gucken, solange sie läuft, was jetzt da mit der Chest war. Was da stand. Jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht geht. Hä? Nee, die Datei wird ja noch beschrieben. Das funktioniert also nicht. Dann weiß ich aber gerade wirklich nicht, was ich hier machen soll. Ich komme hier nicht weiter. Aber wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das gewollte ist, dass wir erst den Lost Isle of Shortcut haben, weil da muss man ja auch kennen. Ja gut. Das heißt, den muss man kennen. Das ist ja schon so eine Art Master Mode hier, aber das würde ja bedeuten, dass man auch den gezwungenermaßen nehmen muss. Ich meine, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man, äh, Leute zwingt, ein komplettes Gebiet zu skippen. Außer natürlich der Modder findet das Gebiet auch scheiße. Ähm, wo kommst du denn hier? Also, wir gehen noch mal zum Border Fire und dann ändern wir nämlich unser, ähm, unsere, äh, unsere, unseren Zauber in Power Within. Wow, was ist so jetzt hier? Was ist so jetzt hier? So, du droppst auch nichts. Wo sind die Sunlight Maggots? Aber ich hab das Gefühl, die ganze Quest da mit dem einen NPC da hab ich wahrscheinlich gekillt, weil ich zu früh hier war. Ha. Den haben wir noch bekommen. Okay, normalerweise wäre hier ein Titanite Demon. Sanctum of Chaos. Was bist du? Hä? Jetzt mal ehrlich, was bist du? Large Titanite Shard. Gut, ich glaube, das ergibt insofern Sinn, weil die, diesen Ort hier, kannst du, glaube ich, dadurch, dass, ja, dieser goldene Nebel weg ist, wir hätten hier eigentlich von Anfang an hin gekonnt. Dementsprechend sind die Gegner und die Drops auch, äh, eher Midgame. hier ist ein Bonfire. Hier ist ein Bonfire. sitzen würdest. Oh je, du brauchst eine Umarmung. Ganz ehrlich, wieso ist das keine Option in Dark Souls, einfach mal zu umarmen. Alle sind alleine auf ihrer Suche, alle vergessen sich schrittweise und du kannst halt nicht mal hingehen und ein bisschen Nähe spenden. Warte, ist der golden? Oder leuchtet der nur so wegen dem Licht? Oh, wir haben eine Humanity. Das sollten wir vielleicht gleich mal ausnutzen. Wow. So, das ist wahrscheinlich der, der immer nachspawnt, damit man das Zeug farmen kann, das in Soul Titanite. Genau, das ist der Raum hier. Ich erinnere mich. Wo normalerweise, ähm, ein Siegmeier ist. Ist der hier? Ich sehe ihn nicht. Diese Viecher machen so komische Geräusche. Vor allem haben sie viel zu viele Zähne. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall einen Ringslot aufgeben. Weil wir brauchen den hier. Und ich glaube, das Zeug da unten vergiftet uns auch. Das heißt, wir brauchen am Ende Hier, das Zeug. Aber wo ging's hier lang? Ernsthaft, wir dürfen alles klar. Wir sind einmal im Blender. Hätte mal nicht klar sein müssen, dass kein Blanging Attack hier geht, aber ich hätte, das hätte mich auch nicht gewundert, wenn es funktioniert hätte. Achso, doch, wir sind schon hier. Ich wollte schon sagen, hä? Genau, er respawned ist uns aber, soll uns aber dieses Mal egal sein. Warte, jetzt ist er hier. Er lebt hier. Das sind einfach seine Bros. Das ist seine Questline. Er hat jetzt diesen Funken gestohlen. War das gerade Operation Hentai 2? Was? So, wir dürfen noch warpen. Ne, dürfen wir nicht. Ability to Warp blockt bei Old Magic. So, er dürfte jetzt aber weg sein. Wohin, jetzt ist auch nur noch einer dieser Viecher da. What? Armor Address? Scrapping Broken? Warte, wir müssen erst mal die Sachen wiederholen. Weil können wir gar nicht, ne? Okay, das Ding, ich glaube, das hat, hat der Prism Stones? Weil wir dürfen sie nicht aufheben, deswegen vermutlich muss es irgendein Item sein, bevor wir 99 haben. Und ich glaube, Prism Stones sind das Einzige, worauf das zutrifft. Also, ne Falle. Okay, das ist ne bodenlose Grube. Also, ich weiß, dass, äh, diese Questline auch so ablaufen kann, dass dir das Lordwessel geklaut wird. Ich weiß, wie sie doch, wie sie dann abläuft, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt in dem Fall genauso funktioniert. So, ernsthafte Frage, wie kommt man hier jetzt wieder raus? So. Das heißt, wir sollten vielleicht doch mal gerade zurückrennen. Ähm, Repair. Wir machen mal gerade Reverse Hollowing. Wir machen mal hier. Das war's. 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 Genau. Das war's. Das heißt, wir müssen jetzt einmal den langen Weg zurückgehen. Das war's. 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 Ich frage mich gerade, ob das jetzt der einzige Weg ist, mit dem wir zu Gwendolen kommen können, weil wir können ja Gwendolen nicht mehr erreichen. Da liegt ein Item. Genau, das Ding ist, er verreckt nämlich selber hier im Sumpf, der Dude Bro, der uns hier gerade getrollt hat. So, das ist ja wohl eine Frechheit Und Leute Hier sterbt am besten einfach durch Irgendwas und Heilt mich einfach mit dem Red Tears, nicht mit dem Red Tears, sondern mit dem Ring of Evil Eye Dann sind die Endlosen Spawns auch mal für was gut Soul of Jeremiah Aber was können wir jetzt mit der Seele machen? Use to Ne, hier Use to acquire wicked pyromancy To discover his art Das ist wiederum cool Aber das ist, glaube ich, auch ziemlich redundant Wenn du es dann in NG Plus Mitnimmst, oder? Also würde ich zumindest Meinen So, wenn wir uns jetzt hier umgucken Hast du die Sunlight Mitnimmiget? Ne Ich glaube, da geht es zum Bed of Chaos Wow So, Soul Ja, super Das hat uns jetzt voll viel gebracht Bro, du kannst doch nicht nach 13 Minuten schreiben, dass du nochmal 17 Minuten weg bist Das geht so nicht Da ist Centipede Demon Ich weiß nicht mal, wo ich bin Aber wie kommt man zu ihm? Ich meine, normalerweise kommt er ja zu dir, aber Das ist ja hier jetzt gerade nicht der Fall Also das kapiere ich noch nicht so ganz Also das kapiere ich noch nicht so ganz Wenn du Centipede schon sehen kannst, kann er dich sehen Also das kapiere ich noch nicht so ganz Also das kapiere ich noch nicht so ganz Also das kapiere ich noch nicht so ganz Wenn ich mich noch nicht so sehr beschwören Für Bed of Chaos? Dann ist da Da muss der Kampf geändert worden sein Weil sonst wäre der Wobei ich würde ihm zutrauen, dass das zum Teil von Solares Reise ist Dass er im Kampf so sinnlos ist Dass ihn das total kaputt macht War nicht eine von den Mau-Wänden hier auch Illusory? Nö Ich habe gerade komplett den Überblick verloren Wie hier das Gebiet funktioniert Wäre natürlich lustig, wenn wir den Orange Chartering hier bekommen Dass wir dann das Gebiet näher erkunden können, wenn wir wollen Und dann Centipede Demon ein optionaler Kampf ist Jo Warte, da ist auf jeden Fall Quilana Aber Bed of Chaos Ist das dein scheiß Ernst? Das kannst du doch nicht machen Du kannst Bed of Chaos doch nicht absichtlich noch schlimmer machen Außer natürlich der Zerfallene Boden Ist jetzt raus Dafür, damit sie nicht runterfällt So Diesmal ist sie tot Aber wenn der Boden nicht zerfällt Dann ist das wahrscheinlich noch das eheste Was du mit Bed of Chaos machen kannst Damit er nicht komplett kacke ist So Jetzt fällt der Boden auseinander Ja, danke Danke Dark Souls Lass mich raten Wahrscheinlich spawnt jetzt Quilana auch neu Wobei wir haben ihr Item schon Andererseits ist das in Dark Souls 3 auch nicht Unbedingt aussagekräftig Da war es ja auch so mit Schwester Friede Dass man nach der zweiten Phase schon ein Item bekommen hat Und dann gab es trotzdem noch eine dritte Also das heißt mal noch nichts Aber das Bonfire so in der Nähe ist schon mal ganz nice Pass auf, aber Dann machen wir auch jetzt hier Den Ich will wenigstens fürs Bed of Chaos auch gut Seelen haben So, okay Er resettet sich nicht Und Quilana spawnt auch nicht neu Aber es wirkt weiterhin sehr random Ob der einen Instant killt Oder ob er einem gar kein Damage macht Boah Okay, das war aber auch Bester Boss im Spiel Also ich meine Ich hab gedacht Ich find's gut Dass Aquilana da reingepackt hat Aber das wird ja Den Boden wegmachen müssen Finde ich Ich meine Es ist schlimm genug Dass du sowieso Eigentlich vom Bed of Chaos Die ganze Zeit Weggeslappt wirst Und der gefühlt Total random Damage macht Oder halt einfach sagen Weg mit diesen Mit diesen Nodes Komplett Bed of Chaos ist an sich Auch komplett neaktiv Und so hast du halt wirklich Krivilana Die halt einfach das Beschützt So wie Keine Ahnung Du halt so ein Kampf In der Richtung Schwester Frieda ist Aber halt gegen einen Pyromancer Komm Zerfällt bitte der Boden Wenn er mit dem Bonfire ist es Immer noch angenehmer Aber es ist halt Trotzdem noch Bed of Chaos Life Soul Humanity Homeward Bone Also wir dürfen nicht Okay doch Wir kriegen Seelen Ich dachte schon Aber hier ist dafür kein Bonfire Wir kommen auch nur Mit einer Homeward Bone Hier raus Aber was hat es denn jetzt Mit dem Mit dem Centipede Demon Hier auf sich Also das Kapiere ich gerade nicht Okay Solaire ist abwesend Also ich glaube Seinen Happy End Kriegen wir nicht mehr Falls das überhaupt noch geht Mit der Mod Aber jetzt mal ehrlich Wie sollen wir jetzt Müssen wir Warte Wir müssen wahrscheinlich Der Centipede Demon ist hier Wir müssen den Weg Von Lost Izalith aus Rückwärts laufen Glaub ich Ich glaube das ist der Ist der Plan Ich glaube das ist die Idee Ich meine es wäre nicht Das erste Gebiet Was wir rückwärts Durchlaufen sollen War ja mit Blythown Und den Untiefen genauso Und Lower Undeadburg Technisch gesehen Ich glaube das ist die Idee Ich glaube das ist die Idee So, jetzt ist ja nur die Erwartung, dass ich mich hier rückwärts in Lost Island zurechtfinde, wo ich dieses Gebiet schon vorwärts meide. Wo willst du hin? Hier geblieben. Es wird Suppe hier essen. Geil, hier verändert sich einfach schlagartig das Licht. Wobei das natürlich auch am Centipede-Demon liegen könnte. Warte, sollen wir hier lang? Nee, hier kommen wir nicht mehr raus. Nee, das war jetzt gerade ein totaler Fail. Aber wie sollen wir da rüberkommen? Da ist die Wurzel, die geht da rüber und wir müssen zu dem Gebäude. Da ist diese Brücke, aber die ist eingestürzt. Also, es muss ja irgendwie gehen. Haben sie es schon mit Ein- und Ausschalten probiert? Nein. Ganz dezent nicht. Ich meine, man kann den Dark Souls-Crit-Outs ganz toll abusen, aber das war jetzt eigentlich nicht mein Ziel. Wäre vielleicht ganz gut, wenn wir das Bonfire gelevelt hätten. Als wir die Chance hatten, dann wir jetzt doch noch hier in der Gegend bleiben. Aber wir sind jetzt trotzdem keinen Schritt näher bei Nito. Ich glaube, bei Nito wird es darauf hinauslaufen, dass wir... Dass wir, ähm... Patient verweigert die Kooperation. Bitte? Das heißt hier Patient. Patient. Ich bin im vollen Besitz meiner geistigen Fähigkeiten, ja? So, war jetzt mal ganz ehrlich. Also, das blicke ich nicht so ganz. Das sieht aus, als sollten wir hier langlaufen, aber... Das kann es doch nicht sein. Da ist Centipede Demon und was da drüben ist. Ein Eingang zu irgendwas? Warte, müssen wir da rüber? Über die... Über die... Kommen wir zu der Brücke hin? Fahren sie geradeaus über den Kreisverkehr. Durch die Lava. Das ist nicht so fair anab von manchen Nabbis. Kommen wir überhaupt zu der Brücke, die wir gesehen haben? Wir sind ja hier nicht bei Skyrim Also nur, weil man einen Ohren sieht, heißt das ja nicht, dass man da hin kann Ja, jetzt sind wir wieder hier, aber hier wollen wir ja nicht sein Das ist die Brücke, können wir hier noch irgendwas machen? Noch ist Sinn, und ich mache meine Maus Oh, hier ist noch eine Mimic oder ein Chest Da stand wieder etwas Wieso müssen genau zwei Kisten Irgendwie nochmal einen extra Text haben Den normalerweise automatisch wegdrückst Pass auf, wir sind da rüber Ist das die Brücke? Also durch die ganzen Wurzeln und was wir überall drüber klettern Fälle ich ehrlich gesagt so ein bisschen die Orientierung Aber nur ein kleines bisschen Von dem Bonfire dürfen wir eh nicht warpen Ja, das hier ist die Brücke, aber Hä? Ich denke nicht, dass wir von hier aus runterspringen dürfen Das dürfte zu hoch sein Pass auf, wir werfen jetzt einmal mal hier einen Prismastein runter Ähm, also wir werfen ihn runter Ja, wir schaffen es niemals bis da rüber Einfach immer ducken beim Fallen, dann gibt es auch keinen Fallschaden Wenn jetzt die Kamera wenigstens ein bisschen kooperieren würde Dass man mal gucken kann, aber Ich glaube da kommen wir vom Lost Island Shortcut Was ist hier? Ne, da können wir auch nicht drauf landen Ist es zu weit weg Will have you forgotten? Danke für den Raid Äh, ich streame hier gerade Dark Souls Daughters of Ash Also eine Mod für Dark Souls Die Einfach Alles Ändert Gefühlt ist nichts an dem Platz, wo es sein sollte Und diese Mod spielt mit deinen Gefühlen Und es ist Manchmal anstrengend, aber auch irgendwie sehr cool Ansonsten, mein Hauptding ist eigentlich Siedler Siedler 4, um genau zu sein Wobei das tatsächlich mehr ein YouTube-Ding ist bei mir Und, äh, ja, ansonsten Hier streame ich eigentlich so ziemlich Was heißt alles mögliche Äh, Minecraft streame ich gelegentlich Ich hab, oder ich hab ein Stardew Valley-Projekt mal angefangen Was ich eigentlich mal wieder weiterführen müsste Terraria hab ich demnächst mal wieder Bock drauf Creative, äh, also einer meiner, äh, Zuschauer Will seit Wochen und Monaten, dass ich jetzt hier auch The Wilds spiele Also, ja, was, äh, auf YouTube bin ich relativ sicher Äh, äh, fokussiert, aber Auf Twitch ist es doch Recht verschieden Ich versuche gerade herauszufinden Wie ich da runterkommen soll Weil der ursprüngliche Weg nicht Nicht, äh, nicht funktioniert Aber das wird doch wohl irgendwie möglich sein Müssen wir doch den Shortcut gehen Ach, okay, Solaire ist wahnsinnig geworden Tut mir leid, Sun, Bro Ey, man sieht sogar sein Gesicht mit der Sunlight Mehrgut Ist mir noch nie bewusst gewesen Ja, true Ich bin mal gespannt, was, äh, was er mit seinem Leben macht Wenn ich dann The Outer Wilds spiele Wobei gut, Spiele hat er ja genug, die ich, äh, spielen soll Seiner Meinung nach Ja, siehst du schon Ja, siehst du schon Habe ich gerade um die Outer Wilds gehört? Ja, wenn man dreimal, äh, wenn man vor dem Spiegel steht und dreimal die Outer Wilds sagt, dann steht Creative Element auf einmal hinter einem. Richtig, wenn da wird man gezwungen ist zu spielen. Das kannst du wirklich nicht prägen für Creative ist, dass ich hier bin, wenn du Outer Wilds spielst. Ja, das könnte sogar echt sein. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, was hat es mit dem Gegner auf sich und was, also ich verstehe nicht, was der Sinn dieses Gebiets jetzt ist. Warte, nein. So. Kann ich ihn nicht provozieren? Es kann doch nicht sein, dass man jetzt hier mit, äh, mit, hier mit den, äh, Throwing Knives irgendwie so komisch experimentieren soll. Vor allem, weil die, weil die halt auch zu total, warte, wo sind die Bein, wo sind die Beinoculars? Aber das kann doch nicht die Possibility sein, dass das gewollt ist. Das glaube ich nicht. Ähm. Ernst gemeinte Frage, wo ist, wo ist das Fernglass da? Used to peer at distant scenery. Äh, aber das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich gucken. Jetzt ist er getriggert. Backpfeifengesichter, das ist aber auch neu. Das kenne ich auch noch nicht. Wie sollen wir das Vieh jetzt töten? Ich kämpfe viel zu selten gegen diese, gegen die Viecher. So, jetzt ist es tot. Lingering Dragon Crest String. Aber wie sollen wir da rüberkommen? I don't understand. Wir sind also jetzt so viele neue Leute durch den, durch den Raid, dass. So, pass auf, den nehmen wir ihn weg. So, Centimed Demon ohne Estus wäre auch sehr stark, wenn wir das schaffen würden. Aber glaube ich nicht. So, das schaffen wir nie bis darüber. Nicht ohne den Ring. Was ich mir noch vorstellen könnte. Ob es das Item ist, was, äh, oben liegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Centimed Demon so schwer zu erreichen macht. Und dann bekommt man den, äh, den Orange Charred Ring. Das wäre sehr komisch. Auch wenn, äh, Centimed Demon normalerweise der Boss ist, von dem man den Ring kriegt. So, dürfen wir noch zur Nursery hinwarpen. Normalerweise doch ja, oder? Also hin geht ja normalerweise eigentlich immer auch, wenn die Bonfires aus sind. Also wenn sie durch, äh, solche Events ausgeschaltet werden. Nur von dort aus teleportieren darf man normalerweise nicht. Ja, wir könnten weiterziehen. Aber to be honest, ich will schon wenigstens eins. Also ich, äh, ich weiß nicht, wie wir zu Hevel kommen. Der ist ja irgendwo in den Archiven noch. Und ich weiß nicht, wie wir hier jetzt, äh, also wie man dieses Gebiet eigentlich erkunden soll. Und ich meine, es ist, ich meine, die andere Alternative wäre Nito. Und zu Nito dürfen wir ja auch noch nicht. Und wir wissen nicht, wieso. So, pass auf. The Nursery. The Nursery. Er ragdollt einfach immer noch. Ist eigentlich voll fies. Und ich bin nochmal gespannt, ob ich dran denken werde, auch mal Powerwolf-In einzusetzen. Okay, die werden Akku auf mich. Aber ich, ja, ich hab einen zweiten Ring an. Aber ich frag mich ja gerade wirklich, was mit Nito los ist. Weil wenn dieses, äh, Brave Lord Nito ist ein Dark Souls. Ja, klar. Klar ist das ein Dark Souls-Meme. Das Ding ist, wir könnten theoretisch, wir kommen halt bis zu seiner, äh, seiner Boss-Tür, aber wir dürfen noch nicht rein aus irgendeinem Grund. Und der Hinweis, den wir bekommen, ist sehr kryptisch. Und ich verstehe halt nicht, äh, was da die Idee war. Ne. Das können wir ohne den Ring vergessen. Äh, die Seelen holen wir uns aber nochmal gerade. Die sind fast genug für ein Level-Up. Also uns fehlen so gesehen noch vier Bosse plus der End-Boss. Siv. Siv. Nito. Manus. Calamid. Und Gwyn halt noch. Also das könnten wir sogar theoretisch noch heute schaffen. Wenn wir jetzt nicht noch ewig rumeiern und versuchen, äh, rauszufinden, wie, äh, wir in optionale Gebiete kommen. So, pass auf. Wir dürfen ja jetzt überall hinwarpen. Das heißt, wir können ja mal kurz nochmal gucken. Die Undercrypt. Die ist wahrscheinlich aber auch nicht, äh, das Bonfire, wo ich hin möchte, oder? Und jetzt ist es nur hier. Weil es wäre ja zu einfach, wenn es uns wirklich, äh, zu dem Nito Bonfire bringen würde. Hydrieren. Das ist eine sehr gute Idee. Moment, was ist das hier? Waren wir hier schon? Weil das Patches. Ah, warte, hier, das ist das... Hier ist normalerweise das versteckte Bonfire. Ich würde sagen, hier ist jetzt nichts mehr. Die müssen nicht Patches töten, oder? Aber er, aber er... Aber er ist jetzt auch noch nicht, äh, zum Firelink-Schrein gegangen. Tut er das normalerweise erst nach Nito? Boah, ich hasse diese Viecher, ne? Jedes Mal. Scheiß mal drauf, dass ich einen der besten Schilde im Spiel habe. Moment, wir waren... Das Bonfire ist doch gekendelt. Also es kann doch nicht sein, dass wir so wenig da rauskriegen. Also wenn wir jetzt noch nicht rein können, dann schaue ich nach. Weil ich weiß beim besten Willen nicht, was uns hier noch fehlt. Oder sonst noch irgendwo. Also abgesehen jetzt vom DLC. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Dass es mit dem DLC zusammenhängt. Und ich glaube, wenn ich, äh, nochmal bis dahin schaffe, dann will ich nicht mich nochmal da hier durchkämpfen, weil ich dieses Gebiet immer noch schrecklich finde. Ja, danke, Dark Souls. So, pass auf. Warp. Undercrypt. Gwyndolin fehlt uns noch. Ein Boss fehlt uns noch. Gwyndolin habe ich vergessen. Und Priscilla haben wir nicht getötet, aber... Ja, so wie sie sich auch hier präsentiert haben... Echt? Das hier ist nicht gekendelt? Ich bin schockiert. Das geht doch nicht. Aber wir die Seelen holen wir uns trotzdem jetzt wieder. Ja, so wie sie sich auch hier präsentiert haben. Ja, so wie sie sich auch hier präsentiert haben. Ja, so wie sie sich auch hier präsentiert haben. So, folge einfach den Lichtern. Ist auch nichts. Ähm, ne, okay, ich dachte, das wäre, äh, aber ich glaube, gleich von dem, äh, hier von, äh, von dem anderen Bonfire aus kann man Lost Isolive sehen. Oder ne, das ist Ash Lake. Stimmt, in Ash Lake waren wir auch noch nicht. Da sollten wir vielleicht mal hingehen. Aber auch da wäre ich sehr überrascht, wenn es, äh, wenn das, äh, der Grund wäre, wieso wir nicht zu Nito dürfen. So, hab ich hier auch nicht, ich hab doch gefühlt alle Bonfires gekindelt. Also gerade die, wo ich mehr Zeit verbracht habe, ich, ich versteh's nicht. Jetzt bringt mir gerade die Skull Lantern gefühlt hier gerade gar nichts. Und jetzt müssen wir uns. Ähm. Hä? Hä? Jetzt dürfen wir durch. Warte, war das, weil wir... Hä? Aber ich habe hier in dem Gebiet nichts gemacht. Warum darf ich jetzt hier rein? Und wo ist Nito? Touch the dead bonfire. Hä? Also erstmal, was hat das jetzt getriggert, dass wir hier rein dürfen? Hä? Aber warum ist hier nichts? Er ist nicht hier. Ich versteh, ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Also, okay, das, was steht, stimmt aber auch alles gefühlt nicht. Ich verstehe es nicht. Also, man kann ja anscheinend schon sehr früh hin, sogar wenn er noch schläft, aber das durften wir die ganze Zeit nicht. Ich verstehe gerade nicht, was ich hier gerade verpasse. Also, er ist nicht in seiner Grabkammer. Da muss er ja irgendwo anders sein. Wo würde Nito hingehen? In Lost Soul Wandering the Deaths, ja. Ich bin gerade sehr überfragt. Es gibt noch ein paar Dinge, die wir tun können, aber ich fände es halt cool, wenn wir das heute schon alles hinbekämen. Pass auf, wenn wir, wenn wir so ein Nursery anwählen. Pass auf, wir gehen einmal zu Firelink. Geben da die Estus-See, die Feuerhüter-Seele ab. Gehen auf 20 Estus. Dann gucken wir mal, was ein Ash Lake ist. Oder Gwyndolin. Wir können auch mal gucken, was mit Gwyndolin los ist. Aber es gibt ja anscheinend auch noch Varianten von einigen der Bossen, die wir schon bekämpft haben. Mhm. Okay. Ich meine, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass Nito irgendwie zeitbasiert ist, beziehungsweise anhand der Bosse, oder der Menge der Bosse, die man tötet. Aber wir machen Gryndolin. Ich meine, Ash Lake hat keinen Boss normalerweise, bis auf die Hydra, die da aber echt kein richtiger Boss ist. Deswegen wäre es nicht so weird, wenn man Nito dahin verlegen würde. Gryndolin, Gryndolin, und kneel vor mir. How about no? Weil jetzt ist auch die Feuerhüterin von Anor Londo nicht mehr wertvoll, weil jetzt können wir eh zwischen allem, allen One Fires warpen. Oder fast allen. Was hilft uns gegen, äh, gegen Dings, gegen, ähm, Gryndolin? Bessere Heilung hilft natürlich immer. Poise? Ja, wahrscheinlich am ehesten noch, ne? So, was hat er mit Gryndolin gemacht? Oh, ich glaube, ich, aber ich weiß jetzt, wie, was, wie das jetzt ist. Wahrscheinlich ist das jetzt das, was den anderen Kampf triggert und das, äh, es dunkel wird in Anor Londo. Und dann dürfen wir wahrscheinlich auch in den Raum von Gryndolin, weil sich dann rausstellt, dass sie nie da war. Das ist ja der große Plot-Fist an ihr. Amazing Chest ist nicht real. Mal. Warte, ist der jetzt hinter? Oh, das ist, wie, der ist einfach hinter uns. Ah, das ist gar nicht mal so dumm, weil tatsächlich war es theoretisch möglich, dass man ans Ende von dem Gang, äh, läuft. Denn der Kampf lange genug dauert. Und das hier verstärkt halt, finde ich, so ein bisschen die Idee, dass, dass das Ganze mit dem Gang auch nur in der Illusion ist. Und umschifft halt auf der anderen Seite auch, dass man doch ans Ende kommen kann. Und dann er einfach nicht mehr weiß, wohin. Wahrscheinlich wird Anor Londo jetzt dunkel. Key to the Sunshamber, genau. Nee, dann kriegen wir, dann dürfen wir wahrscheinlich zu Gwynevere und dann dürfen wir sie töten. Okay, hier. Sealed by Ho- Was? Warum ist das jetzt schon wieder sealed? Und, äh, hä? Okay, der Ring interessiert ihn auch nicht. Na dann. Da müssen wir, glaube ich, erstmal die Stadt entweihen. Ist die Feuerhüterin schon angepisst? So von wegen, wie können wir es wagen, eine Gottheit anzugreifen und so? Wie viel, äh, wie viel Seelen brauchen wir für zwei Level-Ups? Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch so 8000. Ist ja alles kein Thema, haben wir ja. So, dann können wir nämlich nochmal ein bisschen Live-Leveln und... Sunshamber... Sunshamber... Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, sie ist nicht da. Amazing Chest war von Anfang an eine Lüge. Jetzt ist mal klopfen können vorher. Ich habe gerade ihren Bruder abgemurkst, ja. Also ich glaube, über Klopfen sind wir hinaus. Aber gut, sie war sowieso nie hier, aber... So, jetzt bist du hier. Ändert mich jetzt an normale Etikette. Nicht! Ich habe ihr vor, ihre Familie umzubringen. Hashtags bin ich die ohne Kontext. Warte, die... Ach, jetzt sind die Darkraves hier. Und jetzt fighten die hier mit den... Mit den Knights. Okay, der einzige Grund, warum sie hier noch nicht vorher waren, ist, weil die Illusion... ...noch aktiv war. Dass Arnold Londo noch total fein ist. Und nicht gerade kollabiert. Hä, in Minecraft, what? Ist das die... Da läuft doch jemand, da ist doch jemand. Das ist die Feuerhüterin, oder? Da kommen wir sogar auf Estus Plus 6. Aber jetzt ist die Tür wieder zu. Cathedral ist an der Siege. What? Also es hat tatsächlich jetzt eine Konsequenz, dass wir die Illusion zerstören. Aber ich glaube, von hier aus, oder? Ich glaube, von hier aus ist die Tür nicht... Ja, von hier aus ist die Tür nicht geladen. So, lass mich raten. Jetzt ist wahrscheinlich auch der Giant Blacksmith tot, ne? Nein! Sie haben ihn getötet. Das können sie doch nicht tun. Das heißt, wahrscheinlich auch keine Bosswaffen mehr, ne? Oh, nee, warte. Er ist... Er macht's hier fertig. Ist er jetzt mad auf mich? Kommen wir an die Kiste irgendwie ran? Keine Sorge, Bro. Ich will nur, ich will nur wieder eine Kiste öffnen. Okay, da kommen wir aber auch nicht dran, ne? Nicht ohne ihn zu töten, glaube ich. Das mache ich nicht. Ich bin auch kein Monster. Aber heißt das, dass wir die Belagerung auch irgendwie aufheben können? Auf jeden Fall bedeutet das, dass das mal mehr mit den Dark Raves gemacht wurde. Weil den begegnet man irgendwie zweimal und dann ist es vorbei. Also im Hauptspiel, im normalen Spiel. Heißt das, wir kämpfen uns jetzt einmal rückwärts durch Anolondo? Die Drakes sind weg. Das ist schon mal ein Pluspunkt für diese Version der Stadt. Und wir kriegen Titanite Chance, was auch immer wir damit tun sollen. Die Feuerhüterin ist noch erstaunlich abwesend. Und die Frage ist, was ist mit der Kathedrale da? Seit wann habe ich eigentlich einen Zapf? Ja, hm. Da ist sie. Und sie ist angepisst. Ja, ist mir doch gegabt. How dare you produce a blade on a date? Oh, 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 oh. Okay, ja, stimmt, sie pariert. Ja. Ich wusste nicht, dass sie den Angriff parieren kann. Aber wie sie auch einfach... Sie läuft auf dich zu. Ja, ich habe Gryndolin abgemurkst. Wenn es dir da ernsthaft ist, du jetzt mich hier auffällst. Die einzige Feuerwaifu, die ich brauche, ist in Firelink Shrine. Der Rest ist total unnötig. Okay, hier die... Die Großdritter stehen aber noch. Ist jetzt in der Kathedrale auch irgendwas? Was genau brauchst du gleich nochmal? Hä? Was meinst du? Jetzt kennen wir Spinneys Waifu. Wenn ich einen Waifu hätte, ja. Nimm ich Feuerwaifu, Levelwaifu, so rum. Wobei, ne, Levelwaifu stimmt gar nicht. Feuerwaifu in dem Fall. Levelwaifu wäre ja... Aber hier levelst du ja an allen Bonfires. Also hier ist ja kein Bär, Sieg, Sieg, lässt. Wenn da unten was ist, dann kann ich es von hier aus nicht sehen. Wobei, ne, damit befasse ich mich jetzt nicht. Ganz ehrlich, die Rafters sind so scheiße. Aber hier soll man doch noch irgendwas, äh, kann man mit der Beule backstabben? Äh, ja, aber es ist, glaube ich, schwer... Ich habe das Gefühl, es ist schwerer, diesen Sweet Spot zu finden, wo er dann auch wirklich den Backstab auslöst. Hier soll man doch eigentlich noch irgendeinen Kampf auslösen können, aber anscheinend... Oder ist das, äh... Ist das, äh... NG Plus? Ich bin überfragt, ehrlich gesagt. Warp Ability blockt bei Old Magic. Ernsthaft? Ist das euer Scheißernst? Muss ich jetzt allen Ernstes zu, äh, zu Gwendolin, zu dem Bonfire laufen? Ob ich durfte hier das Problem muss hinwarpen? Weißt du, das verstehe ich nicht. Wieso darf ich hier hinwarpen, aber nicht davon weg? Weil gut, war ja bei, äh... Ja, das war bei der gemalten Welt nicht anders, aber die gemalte Welt ist ja sowieso... So, doch mal so ein Sonderfall. Aber diesmal sind... Warte, die, äh, warte, die Arnolondo-Dudes, die respawnen alle nicht mehr. Das ist ein cleverer Weg, den Übergang zu gestalten. Dass nicht einfach random alle Feinde ausgetauscht worden werden, sondern dass, wenn du... ...einmal hier durchläufst, dann halt mitkriegst, dass die sich alle abmetzeln. Und dann, äh, ist halt das neue Gegnerset da. Das ist voll clever. Ernsthaft? Ist das ja scheißernst? Mann, lasse mich zu Gwyndolin, okay? Ich wäre jetzt eh tot. Können wir hier Pathfinding verwirren? Okay, ja, jetzt ist ihr mich hier... Naja. Zumindest von den Zweien. So, jetzt sind wir sowieso schon hier. Jetzt können wir doch mal gucken, was in der... Irgendwie war da gerade ein komisches Artefakt. Hier sind nochmal ein paar Dark Raves, aber... Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was wir hier tun sollen. Bonuspunkte werden wir jetzt hier auch nicht mehr leveln. äh, nicht mehr wegwarpen dürfen. Yo, blocked by old magic. Also müssen wir jetzt entweder... Duke's Archives oder... Wir gehen den Weg, äh... Wir gehen nach... Sands Fortress. Das beantwortet immer noch nicht die Frage, wo Nito jetzt hin ist. Also müssen wir schauen, wo Nito jetzt hin. Musik. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Als Neff kochen? Ja, so, hier. Ja, so, hier. Also, heute schaffen wir das, denke ich, nicht, doch nicht mehr. Aber ich will zumindest doch diese vierte Lordseele haben. Also, das ist mir wichtig. So, darf ich jetzt hier bitte warpen? Ja, so. Wir können doch mal gucken, was es mit dem Drake auf sich hat. Ist jetzt hier die Sonne auch verdunkelt? Ich habe nie so darauf geachtet, was das mit dem Rest der Welt macht. Vor allem, weil ich glaube, ich habe später auch Gwynevere nicht mehr getötet, sondern immer mit dem Ring gearbeitet. Okay, ich habe jetzt meine Seelen gar nicht aufgesammelt. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Oh. 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 Was ist das? Ähm, jetzt will der Drake auf einmal nicht mehr. Wieso entscheidet sich der Drake jetzt einfach random, dass er nicht mehr aktiv sein will? Also das fühlt sich jetzt nicht so an, als hätte ich irgendwas getan. Ähm, ist die... Achso, wahrscheinlich, weil ich das Faith Reprimat nicht erfülle, ne? Geht. Sie sind alle hier. Ja, komm, dann hole ich die Seelen eben doch nochmal. Wobei, nee, ich komme nicht da hin, ne? An der Asylum, Heustorf Exit. Okay, ja, hier ist es jetzt auch dunkel, aber ich frage mich, ob das was mit Nito zu tun hat. Es ist dunkel und weil er tot ist, schläft er tagsüber oder so? Es würde irgendwie voll Sinn ergeben. Die Frage ist, äh, ja, keine Ahnung. Ich will jetzt aber nicht schon wieder sinnlos den Weg dahin laufen. Ja, super. Ich hoffe, das wollte ich, dass du wiederkommst. Er hat doch ins Leben ganz ganz... Oh, oh je. Wieso wird diese Illusory Wall eigentlich nicht, äh, nicht zerstört? Das verstehe ich nicht. Also, wenn es das war, dass wir erst die Sonne verdunkeln müssen und deshalb, ähm, ne? Die Geschichte mit, äh, dass das der Grund ist, dass wir dann nicht Nito bekämpfen durften. Dann ist der, dann ist der, äh, dann ist der Hip-Hint aber absolut, äh, absolut wertlos. Stimmt, der Käfig, mit dem ich Aufzug fahren darf, ist, äh, vor den, äh, Klängen hier. So, und wo ist jetzt mein, mein Blutfleck? So, und wo ist jetzt mein Blutfleck? Hier. Was ist, wenn du mit diesem Spiel durch bist? Äh, wahrscheinlich, dass wir Stardew Valley durchziehen. Und danach vielleicht Terraria oder so. Ich muss eigentlich eh viel mehr streamen, aber ich schaffe das nicht, das ist im Moment zeitlich. Obwohl ich eigentlich viel mehr Zeit habe, als ich haben dürfte. Also, falls du noch Outerwiles fragst, das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal dazwischen schieben. So, schauen wir, wir schauen mal nach, was ist jetzt mit, äh, wo, äh, hier, wo Dings ist, was mit Nito ist. So, pass auf, wir warpen nochmal einmal zum Firelink-Schrein, damit wir, äh, die, äh, 20 Estus kriegen. Wo, äh, wo ist jetzt nur, worauf ich hinaus heute? Ach, ich weiß nicht. Also, weißt du, du bist so schwer, äh, vorherzusehen. Pass auf, wir machen sie Undercrypt. Wenn Nito da ist, haben wir unser Ziel für heute erreicht. Dann gucken wir noch, äh, mit der festlichen Zeit, was in Ash Lake so abgeht. Ob da irgendwas, äh, Interessantes dazu gekommen ist. Das Ding ist, das ist halt so ein Secret-Gebiet, was man eigentlich komplett, äh, wo man komplett vergessen kann, dass es existiert. Was eigentlich total schade ist. Also, äh, deswegen würde ich eigentlich hoffen, dass der Mod, äh, es zumindest mal versucht, das ein bisschen sinnvoll zu gestalten. Wäre natürlich fies gewesen, wenn die Ember da gewesen wäre, weil, wie gesagt, Ash Lake, das kann man gerne mal vergessen, dass es, dass das eine Sache ist. Doch, hier. Immer schön den Lichtern folgen. Mach aus Terraria ein bisschen ein Community-Brick, wo hier er mitspielen darf. Ja, dann gibt ihm wahrscheinlich irgendwer, äh, Gear, was ich noch nicht haben sollte. Oder bringt Gear mit, was er noch nicht haben sollte. Außer ein Terraria wird, äh, wahrscheinlich ein Master-Mode runnen. Was wahrscheinlich ein Fehler sein wird, aber... Ich will's mal gemacht haben. Und dann könnt ihr euch an meinem Leid ergötzen. Problem allerdings bei einem, ähm, einem Multiplayer-Projekt wäre halt auch, dass ich mich dann auf, äh, zeitlich abstimmen müsste mit anderen Leuten. Das ist ein absolutes No-Go. Die einfach Sachen in die Welt cheaten. Das wäre nicht mal cheaten. Das Ding ist, du machst dir ein Terraria-Charaktere. Das ist aber unabhängig von deiner Welt. Das heißt, du kannst mit, äh, neuen Charakteren in alte Welten gehen. Und du kannst mit alten Charakteren in neue Welten gehen. Das heißt auch, du kannst einfach auch theoretisch Items aus einem anderen Save mitnehmen. Was wir auch tun werden. Wir werden ein paar Quality-of-Life-Sachen mitnehmen. In der Hoffnung, dass es dazu führt, dass wir dann im Stream ein bisschen weniger grinden müssen. So, jetzt ist hier wieder der, äh, Nebel. Hä? Äh, aber wir waren doch hier vorhin, wir waren doch hier schon drin. Was haben wir denn vorhin gemacht? Corruption, wie ist das andere Biom? Die Hello oder die Crimson? Ich will jetzt wissen, was es damit auf sich hat. Ich verstehe die Trigger nicht. Wohin war es ja offen? Aber er war nicht da und wir konnten nur mit dem toten Bonfire interagieren, um wieder rauszukommen. The Disturbed Bones Protect the Gravelord Slumber. Was bedeutet das? Rang Both Bells. Warte, 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 warte. Wenn es das ist! Haben wir die Glocke geläutet nach den Gargoyles? Weil wir, als wir das erste Mal da waren, konnten wir das ja noch nicht. Bin ich nach den Gargoyles nochmal da hoch? Habe ich das gemacht? Aber wieso würde man ausgerechnet ihn an die, an die, an die Glocken, äh, binden? Und vor allem war das bis jetzt so total sinnlos. Also, als wir das erste Mal da waren, hieß es ja, Gauntlets too weak. Danach haben wir die, nach dem Lordwessel, hatten wir die Gargoyles bekämpft. Bin ich da nochmal raufgeklettert? Weil anscheinend muss man beide Glocken geläutet haben. Weil es ergibt Sinn, aber es ist eine Verbindung, die ich jetzt nie im Leben gezogen hätte, weil ich schon komplett vergessen hatte, dass die Glocken eine Sache sind. Die Mod hat jetzt, äh, ewig viel Zeit damit verbracht, dass die, äh, dass die, äh, dass die Glocken sinnlos sind. Beziehungsweise nicht klar ist, wozu man sie überhaupt läuten sollte. Okay, wir poison einfach durch, lang, durch. Bruh, könnte ich vielleicht nicht. Okay. Aber dann, das heißt, dann hätten wir die, äh, Lordseelen auch schon definitiv längst haben können. Zumindest halt, äh, Nito. Aber wenn's das jetzt war, dann war der Hint auch absolut wertlos. Oh, sorry. Dann, dann war das, äh, also wie man von Disturb Bones jetzt irgendwie auf, auf die Glocke kommen soll. Also für mich klingt das halt, als müsste man irgendwas in, äh, hier in den, äh, in den Dings machen. In dem... What the fuck? Excuse me? Womit habe ich die jetzt getriggert? Ich verstehe gerade die komplette Ereigniskette nicht. Das ist wohl einer dieser, dieser Phantomkämpfe. Wo du einfach ein Rematch hast, äh, aber wo die nochmal heftiger sind. Aber ich verstehe, ich verstehe gerade nicht die Ereigniskette. Habe ich das jetzt ausgelöst, weil, äh, ich Arnor Lono verdunkelt habe? Weil ich finde, das wäre für Disturb Bones immer noch, äh, die offensichtlichere, ähm, Kausalitätskette gewesen. So, wenn ich dauerhaft einer Feuer spammen würde. Okay, ich habe jetzt zumindest beide getroffen. Das waren... Halbwegs brauchbarer Trade. Okay. Ja, so ein bisschen, dass ich... Ich weiß nicht, weil ich nicht nur dabei wie anders. Ich weiß nicht, was man machen soll. Und die anderen machen Fortschritten, werfen immer bessere Tools hin. Ja, das ist auch so etwas, wo man, finde ich, im Korb dann auch schnell reinkommt. Das war tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen, äh, als mein Freund und ich zusammen gespielt haben, auch so ein bisschen so, weil ich wusste, was zu tun war und er nicht. Hat dann aber geholfen hat, als er seine eigene Welt auch parallel angefangen hat und hat selber so ein bisschen die Welt zu erkunden und ein paar Sachen zu sammeln, die wir in unserer Welt noch nicht gefunden hatten. Okay, wieso, warum nehmen sie gerade gefühlt keinen Damage? Der Mumiengrind war damals so schlimm. Ja, es gibt so ein paar Monster, deren Grind ich absolut nicht okay fand. Und deswegen gibt es halt auch ein paar Items, die ich mitnehme in die, äh, in die Welt, wenn wir dann in den Master Mode gehen. Jo-Jos sind immer noch Bastard, ja. Jo-Jos waren so ne, so ne Sache, das stimmt. Danke, Dark Souls! Ich entscheide, was ich skippe. So. Hydrieren, Leute, ich weiß, dass ihr immer Hydrieren einlöst, wenn ich selber mal trinke, deswegen lasse ich auch die Flasche immer direkt offen. Ihr outplayt mich nicht bei meinem eigenen Spiel. Schau mal, was von Demokratie gehört. Äh, schau mal, was von Hausrecht gehört. Das ist jetzt schon nicht generell ne Autokratie. Ja! Warte, die Poise sollten wir vielleicht schon haben. Ring of Evil, all, bis wir beim Boss sind und dann, äh, dann nehmen wir den, äh, den, äh, Estus Ring. Sind wir nicht alle nur Quastenflosser im Aquarium im Leben? Das ist sehr philosophisch. Die nächste große Meldung ist für dieses Autokrat und, äh, gegen das Konzept der Demokratie. Also, wenn ich in dein Haus einbreche und du willst mich rausschmeißen, dann kann ich dir auch vorwerfen, dass das eine, dass du in einer Autokratie leben möchtest, ja? Verstehe ich das richtig? Genau, ja, gut, dass wir uns da einig sind. In deinem Haus sind genug Leute, die dich überstimmen würden. Ja, super, aber was ist, wenn du alleine wohnen würdest? Dann hätten, hätten wir 50-50. So, mal gucken, was wir jetzt mit... ...der Geschichte an Damage raushauen. Okay, natürlich nichts, wenn man sich abmurksen lässt. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, dass jetzt hier gezwungenermaßen einfach nochmal der Gargoyle-Fight wiederholt wird. Not gonna lie. Vor allem jetzt mit dem Bossrun. ... ... ... Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh nein, die Zahl des Antichristen. Oh nein, die Zahl des Antichristen. Wenn wir das nicht schaffen können, wäre es perfekt. Ja. Am besten natürlich, bevor Power Within ausläuft. Ja, okay. Schieß mich einfach an den Weg. Ist gut jetzt. Hat Power Within jetzt eine längere Wochensdauer. Nee, Power Within ist vorbei. Hi Buschi, willkommen zum Stream. Wieso ist er jetzt immun? Hä? Warum hat er jetzt kein Damage genommen? Was ist jetzt die Idee? Mein Fidget-Spinner, der heute angekommen ist, ist heute schon kaputt. Was? Was hast du getan? Kann ich dir zufällig eine Frage zu sich dafür stellen? Ja, kannst du. Also ich bin gerade kein Fan von diesem Boss-Fight. Also vor allem, wenn einfach random die Gegner kein Damage mehr nehmen. Ich habe die historische U-Play gekauft. Danach packst du Settlers United da drüber. Also. Ich habe mehrere Videos aber gemacht, wie Toy Settlers United ist. Ich habe ein Video zum Community Patch, das ist aber auch schon uralt. Danke, Dark Souls. Kannst du jetzt mal aufhören, mich zu parieren? Das ist jetzt gerade nicht sein Scheißernst. Ich wollte doch nur die Scheißglocke läuten. Warte, ich durfte, glaube ich, die Glocke nicht läuten nach dem Lordwessel. Darf ich sie jetzt erst läuten, weil ich die Illusion zerstört habe? Und deshalb hat die Illusion meinen Charakter denken lassen, er sei zu schwach, um die... Hä? Wie gesagt, ich verstehe gerade die Abfolge der Ereignisse hier nicht. Und jetzt werde ich jetzt Das war's für heute. So, pass auf, wir, ich glaub der Poise Ring bringt uns nicht so viel, wir nehmen den, äh, Lingering Dragon Crest Ring, weil der verlängert ja auch Power Within und, äh, mindert, äh, haltet den, also er streckt praktisch den, HP Drain. Jetzt will ich ihn auch backstabben, komm her. Naja, tot ist tot. So, 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 so. Ja, lass mich doch wenigstens wegdodgen, verdammt. So, 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 so. So, 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 so. Das war's. 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 Ja. Das war's. 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 Okay, okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Das war's.